Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Race. Nach Ewigkeiten gibt es mal wieder Lucky Blocks Videos. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das feiern würdet. Zeigt es am besten mit einem Daumen nach oben. Könnt ihr jetzt gleich mal machen. Ich habe natürlich auch Mitspieler dabei. Und zwar einmal den Altbekannten, den kennt ihr alle noch aus der guten alten Zeit. Den Max, extrem verzockt. Was geht? Ist in der Beschreibung verlinkt. Und da gibt es auch noch Lucky Blocks Videos. Ein anderes als das hier. Wie meins. Da gibt es mehr Content. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr da noch mehr Content euch gönnen. Und dann habe ich hier noch. Ja, wie soll ich ihn nennen? Also er ist auf jeden Fall Noah oder Deathbringer. Und er ist der neue Servertyp sozusagen. Er hat hier einen neuen Lucky Blocks Server erstellt, der eigentlich genauso aussieht wie der alte. Es gibt genau dasselbe Mod Pack. Und ja, ich würde einfach sagen, er ist auch in der Beschreibung verlinkt. Auch bei ihm vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir machen uns bereit. Die erste Folge Lucky Race seit langem mal wieder. Und zwar mit den Preston Lucky Blocks. Ich würde sagen, seid ihr bereit? Yes. Drei. Also wisst ihr noch die Regeln? Ja. Wer am Ende ist, muss Stopp rufen. Dann dürfen die anderen nicht mehr abbauen, ne? Okay. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Ich habe Ultra Bock. Ich habe Ultra Bock. Ja, ja, ja. So sieht es aus. Der Kaktushelm. Oh Gott, die Preston Lucky Blocks. Ich habe sie nicht vermisst. Also ich meine, ich habe sie nicht vermisst. Das wollte ich sagen. Hey, du bist gestorben. Kann man Slash Kill machen? Ja. So, ich bin übel am Abgehen. Ich rassiere hier kurz. Sortiere mein Invent... Alter, ich habe nur Glück. Oh nein. Ich habe meine Steuerung. Nein. Oh, ich habe keine Blöcke. Scheiße. Hä, wie komme ich denn jetzt ohne Blöcke da rüber? Hä, du hättest dir zwei, sechs Blöcke geben müssen. Oh, scheiße. Das habe ich vergessen. Oh nein. Warte. Ich habe es so geregelt. Hui. Nein. Verdammt. Ich bin immer noch in Führung. Ich fasse es nicht. Ja, weil meine Steuerung invertiert ist. Ah, geil. So. Ich gewinne das Race. Das wird artebrautend. Ich habe... Na, ist das ein gutes Ding? Uh, das sieht nice aus, das Schwert. Wie läuft es bei dir so, Max? Ja, ich muss mir jetzt erst mal diese Blöcke... Sonst komme ich hier nicht rüber. Ich bin nur am sterben. Ey, ich habe bis jetzt einen schlechten Block gehabt. Oh, ich habe einen Bogen. Ich habe nur schlechte Blöcke gehabt. Ja, ich auch. Was, echt? Oh, eine komplette Dia-Rüstung. Hä? Alter. Also, ich muss sagen, ich habe nicht... Au. Verdammt. Ich bin vergiftet. Egal, passiert eh nichts. Halb so wild. Okay. Ich habe TNT-Blöcke. Damit kann ich mich auch rüber bauen. Ah, ich habe noch... Alter, ich trottel hätte mich mit Ender-Perlen einfach rüberwerfen können. So, shit. Oh, man. Ich muss was in meinen Rucksack packen. Ich habe das voll vergessen. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Kann mal jemand nachgucken, wann die letzte Lucky Race Folge online kam? Oh, shit. Ja, wow. Ich bin tot. Nein. Das erste Mal gestorben. Alter, wie seht es bei euch denn aus? Auf euren Strecken. Ich habe schon wieder Perplexity. Ich raste aus. Ja, geil. Warte mal. Oh, ich brauche die Ender-Perlen. So. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? So, ich muss Gas geben. Ich bin weggeportet worden. Äh, Leute. Irgendeiner hat Blöcke bei mir gespawnt. Du wurdest von einem Blatt getötet, nur. Oh, meine ganze Strecke ist voll mit den Viechern. Oh, oh. Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich das regle. So, warte mal. What the fuck? Die Bazooka. Legendär, Alter. Legendäres Item. So. Okay. Ich bin immer noch an erster Stelle. Ich muss gewinnen. Ich will die plus 100 Blöcke. Oh, 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 oh. Nein, verdammt. Scheiße, ich habe es verkackt. Oh, mein Gott. Die sind kackt wie Pläps. Ah, ich liege aber immer noch in Führung. Ich will die Rüstung noch nicht anziehen, weil ich sie noch nicht verlieren möchte. Ich bin auch gespannt. Wir haben eine neue Deathmatch Arena. Also solltet ihr auch gespannt drauf sein. Da gibt es auch einige Neuerungen. Mir läuft es bei euch so. Ja, es geht. Okay. Ich habe nur ein Tierschmerz. Oh, oh. Ja, jetzt hast du mich überholt. Hä, ich habe übel das Glück. Ich habe richtig krasse Rüstung. Ah, okay. Jetzt geht es. Ja, jetzt rasierst du. Ah, nee. Jetzt bist du tot. Jawohl. Geil. So richtig verdient, ne? Einen guten Drang. Oh, nein, 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 nein. Wieder. Verdammt. Der Drecks Archer. Hat es wieder verkackt. Mann, was ist das? Alter. Was ist los? Diese Pläps. Alter, wie sieht es bei dir aus? Du bist grün, Max, ne? Ja. Oh mein Gott. Alter. Es macht ultra Bock wieder. Nee. Nee. Ragequid. Ich bin immer noch vorne. Hä, was heißt, du bist immer noch vorne? Das ist Lucky von den Abgebauten, ja. Sie sind jetzt schon wieder los. Nicht wirklich, nicht wirklich. Ich habe dich jetzt gleich. Oh Gott, ich muss essen. Okay, ich habe TNT. Warum kenne ich die ganze Zeit? Wow. Okay, es läuft. Ich habe wieder Glück. Ich habe pures Glück, Alter. Wenn ich mir angucke. Bei mir lags. LOL. Ja, ich habe gerade das Preston Blaze God Sword bekommen. Geil. Ich zitiere, die sind nicht so stark, die Blöcke. Ja, dachte ich eigentlich. Scheiße. Oh, oh, oh. Fuck. Ich trottel. Ich trottel. Nein. Ich bin nicht drum rum gekommen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Was ist los? Alter. Ich bin von einem Kaktusbub gekehlt worden. Und ich kriege nur Perplexität. Hey, Lull. Ich dachte, ich hätte daneben geworfen. Oh. Es läuft, es läuft. Also bei mir läuft. Ich kann mich nicht beschweren. Ich muss nur jedes Mal weiterlaufen. Und jetzt mal einen Goldapfel essen. Kommen. Oh. Wer hat mich da gerade abgeschossen? Wer war das? Wer war das? Wer hat mich da gerade abgeschossen? Wer war das? Ja, hier, bei mir ist Lava. Natürlich. So, nice. Nein! Oh Gott, ich lebe noch! Oh Gott! Verdammt! Oh mein Gott, easy. Nein! Oh Gott, ich muss Gas geben. Ich muss Gas geben. Hinter mir sind... Nein! Oh Gott! Die ganze Zeit in Führung gewesen. Das gibt's nicht! Noah, bist du wieder vorne? Ja. Nein. Ich hänge hier einfach fest. Wie, du hängst fest? In so einem Käfig im Sterben. Oh mein Gott, ich habe gute Rüstung bekommen. Krasse Rüstung oder gute Rüstung? Krasse sind... Ich weiß nicht, wie krass die sind. Aber ich habe auf jeden Fall so Kaktus und Kaktus sind so prästen Rüstung bekommen. Das ist nicht so krass. Es gibt viel krasseren Stuff. Hey lol. Warum sind hier noch... Blöcke? Sind die da... Die sind da gespawnt. Die gehören hier eigentlich nach hin. Ich habe nämlich alles abgebaut. Max, warum warst du denn im Creative Mode? Gar nicht. Hä, doch. Nein! Plötzlich bin tot. Alter. Noah, kannst du bitte sterben? Nö. Nein! Spinne, 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 Spinne. Oh nein, mein Rucksack... Packe. Bist du tot? Ich habe eine Spinne, die jedes Mal, wenn du nie hittest... Bist du tot? Nein, noch nicht. Ach, schade. Oh! 2 Blöcke noch. Oh Gott. Kannst du nicht sterben? Nein! Bist du tot? Stopp! Oh! Okay. Sag mal doch. Also du kannst deine öffnen. Und ich habe jetzt noch Zeit, mich kurz auszu... Also wir haben noch Zeit, uns anzuziehen und so weiter. Und dann muss man Slash DM machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich mir anziehe hier. Das da finde ich eigentlich sehr schlecht zum Werfen. Zum Losen. Ich weiß es nicht. Ich habe halt ein mega gutes Schwert. Oh scheiße. Oh Gott. Wäre der jetzt runtergefallen? Das wäre wieder ein Ultra-Fail gewesen. Warte mal. Es ist alles verzaubert hier auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh ho ho ho. Warten... Warte mal, was ist wenn ich den nehme? Vielleicht damit noch irgendwas anstelle. Ich weiß nicht was mir da mal****今日 anziehen. Ich weiß nicht, was müsste ich noch anziehen. Slash DM. Ich kann mir das mal anziehen auf jeden Fall. Wie viel Schaden macht es? Okay, vielleicht habe ich Glück. Das sind Lucky Blocks. Ich ähm... Mülllucky Blocks. Ich eigentlich nicht so, ne? Hä, die sind... Wo sind das Mülllucky Blocks? Ich könnte aus... Ah, Mann. Slash DM war's. Warte mal, ich muss mich jetzt erstmal anziehen. DM? Kriegt man das Klopapier? Haha. Oh, nice Arena, nice. Ja, neuer Arena gibt's. Genau. Und dann haben wir das hier noch. So ein Dings, ne? Vielleicht kann ich damit noch was anstellen. Ich muss mal gucken. Ey, ich hab schon so... Ey, ich hab absolut keine Ahnung so wirklich, was ich am besten mache. Ja! Aber ich muss jetzt auch Slash DM. Oh mein Gott, ich hab ne Flight Portion. Was? Oh nein. Oh nein. Okay, setzt euch... Also drei Leben hat jeder, ne? Ja. So was? Und dann setz ich mir... Ich setz mir hier in der, äh... Arena einen Spawnpunkt irgendwo. Slash Spawn. Spawnpunkt. Übrigens, während der, äh... Kleinen Wartephase würde ich mich mal einfach fragen, oder würde ich euch mal fragen, äh... Gibt's noch einen Spielmodus, den ihr, äh, extremst feiert und gerne wiedersehen wollt? Wenn ja, dann ab damit in die Kommentare. Vielleicht gibt's denn dann demnächst wieder. Hoho. Ich seh irgendwie so aus wie so ein... Ich bin ready. ...komischer Typ. Okay. Dann würde ich sagen, jeder hat drei Leben. Es geht los in drei, zwei, eins, jetzt. Oh Gott. Ich bin aufgeregt. Jeder hat drei Leben. Okay. Also... Mega, geht's um Basti. Ich triff ihn sowieso nicht. Ich weiß nur nicht, wo Basti ist, und ich glaub, dass er krassen Stuff hat. Ne, ich hab nicht so krassen Stuff. Wo ist der? Haben wir da auch gesagt, dass, äh, wenn einer der... Oh, du hast auch das Gottschwert! Ja, leck mich doch, Alter! Was für ein Gottschwert, Alter! Ja! Was für ein Gottschwert, Alter! Max, Alter! Wow! Nein! Alter, was ist das denn? Oh, weg hier! Keine Ahnung! Alter, ich weiß nicht, wo ich bin! Ich kann mich nicht bewegen! Hier sind Mops! Alter! Hä? Oh Gott! Wart mal! Wow! Junge, was war das? Das war meine Bazooka! Scheiße! Ich muss hier rein kurz! Oh Gott! Oh Gott! Ich brenne! Ich kann nichts sehen! Nein! Ich hab's auch gekriegt! Nein! Ich bin gestorben! Alter! Oh Gott! Ich kann einfach nichts machen! Alter! Okay! Ja, ich hab dich, äh... Lol! Ich bin gerade erst wieder rausgekommen! Ich bin wieder gespawnt! Oh! Boah! Ich seh einfach nichts mehr! Egal! Ich auch nicht! Ich explodier nur noch und in meinem Gesicht hängen Flammen! Wie lange fehlen die Flight Potion? Mach mal, äh, dass nichts mehr weiter abbrennt! Ja, mach du die Game-Roll! Ich kann nicht! Wow! Ich glaub, dass die Rüstungen halt einfach viel zu stark sind! Ach was? Hä? Wo ist Max? Ja! Ich hab dich getötet mit dem Schwert! Ja, warum? Ich kann quasi nicht sehen! Ich muss dir ins Wasser! Scheiße! Hä? Es laggt? Es laggt! Ja, es laggt ganz sicher! Was ist los? Ich bin tot! Jetzt ist es! Ich hab noch ein Leben! Hä? Ich hab noch drei Leben! Ja, du kannst auch fliegen! Ja, die Potion hält nur noch... Eine Minute! Digga! Oh oh! Ich hab schon wieder Perplexity! Das ist geil! Du bist eigentlich tot? Nein! Lol! Ja! Hab ich dich erwischt, oder? Hab ich dich nicht erwischt? Nee! Nein! Ja, Mann! Ich bin raus! Ich bin raus! Slash gaybow 3! Ich hab einfach nix gescheit... Oh mein Gott! Oh Gott! Ich hab nen Kaktus, aber ich weiß nicht was... So, jetzt ihr zwei gegeneinander! Max hat noch ein Leben! Ja, moin! Ich hab hier auch noch ne Flight Potion! Lol! Hahaha! Ich auch! Hä, du hast auch noch eine gehabt? Ja! Ich hab... Die waren gestackt! Lol! Oh mein Gott! Was macht ihr da? Ja, lol! Ich kann wieder nichts sehen, Junge! Das ist einfach so fähig wert! Ja, aber du kriegst es nicht gekillt, na? Ja, ich kann ihn nicht mal sehen! Denn... Der Kaktus macht nur was, wenn er in einer Bazooka drin ist! Nein, das ist so... Ah, jetzt hab ich schon wieder Perplexity! Lol! Hä, was war das? Hä? Keine Ahnung, Entschuldigung! Ich dachte, Revival! Ja! Kann sein! Mein Gott! Meine Rüstung ist fast kaputt! Jetzt los! Auf geht's! Ich kann nicht sehen, ich hab Blindness! Das kommt halt so hart! Oha! Ich hab noch ein Leben! Er hat auch noch ein Leben! Das kommt auf die Effekte vom Schwert an! Er hat auch noch ein Leben! So, jetzt bin ich mal gespannt! Oh, meine ganze Rüstung ist kaputt! Kacke! Oh, shit! Aber ich hab auch keine Potion mehr! Ja, ich hab keine Chance! Oh, 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 oh! Toll! Mach dein Bogen! Oh! 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 Du fliegst nach Bankland! Oh Gott! Das ist der Effekt! Oh Gott! Bis zum nächsten Mal! Schaut auf jeden Fall bei den zwei anderen in der Beschreibung nach! Wenn ihr mehr Lucky Block Videos wieder sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Like da! Ich würde mich freuen! Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen! Bis dann! Und Tschüss! 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 Schrei des Tages! Tschüss! Z